Liebe Strafrunden-Freunde, wir machen heute einen züchtigen Frühschocken bei uns in der Strafrunde 9. Jetzt gehen wir hier runter zu 10. Jetzt gehen wir hier runter zu 10.000 Weißwürstens Bier. Das ist ein Entschut, das ist ein Entschut. Ja? Okay. Okay? So genau. Dies ist schon gut. Okay? Gut? Also, wir sind hier. Grüß dich, wir brauchen wirklich tausend Rätsel für unsere Bayern, die alle Fischungen an der Strafung. Ja, Hans, tausend von mir schon Rätsel habe ich gern die ganze Bürger für meine Firma. Alles klar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Rätsel, Rätsel, Rätsel. Rätsel, Rätsel. Würstchen! So? Rätsel, Rätsel, Rätsel. Rätsel, Rätsel, Rätsel. Rätsel, Rätsel. Rätsel, Rätsel. Rätsel.